Egal ob wir im Internet surfen, mit dem Handy telefonieren oder das Mobiltelefon einfach nur bei uns tragen. Jeder von uns produziert täglich unglaubliche Datenmengen. Große Konzerne saugen diese Daten ab und speichern jedes Detail in gigantischen Serveranlagen. Die Unternehmen wissen damit genau, was du letzten Sommer getan hast und was du vermutlich im nächsten tust. Ordentlicher Datenschutz stellt sicher, dass es Grenzen gibt. Die EU hat daher eine Reform vorgeschlagen. Die 27 nationalen Gesetze werden durch ein EU-Gesetz abgelöst. Damit bleiben die bisherigen Regeln im Prinzip gleich. Aber es gibt erstmals ernsthafte Durchsetzung, damit du zukünftig vertrauen kannst, dass Produkte und Dienste in der EU datenschutzfreundlich sind. Aber vor allem Unternehmen und Start-ups profitieren von einheitlichen Regeln und weniger Bürokratie im neuen Vorschlag. Also sind alle glücklich. Oder? Nicht ganz. Denn viele Unternehmen haben in den letzten Jahren diverse illegale oder zumindest halblegale Geschäfte gemacht und damit sehr gut verdient. Handyhersteller saugen die Daten von deinem Handy ab, Google verfolgt jeden deiner Klicks im Netz und Bonitätsprüfer wissen genau, was in deiner Geldbörse so los ist. Um die Reform zu verhindern, ließen die Unternehmen eine Armada an Lobbyisten in Brüssel auffahren. Mit viel Geld wird intensiv versucht, Löcher in das EU-Gesetz zu schießen. Dabei werden vor allem auch die vermeintlichen Interessen von europäischen Kleinunternehmen vorgeschoben. In Wirklichkeit profitieren von den Änderungen nur die IT-Giganten, die immer tiefer in unsere Gedanken eindringen wollen. Viele EU-Abgeordnete wehren diesen Lobbykrieg ab, aber gerade liberale und konservative Politiker haben Änderungsvorschläge sogar eins zu eins von den Unternehmenslobbys abgeschrieben, zum Nachteil der Bürger, die sie gewählt haben. Viele dieser Abgeordneten verstehen die Technik und die Möglichkeiten nicht genau, das perfekte Einfallstour für die Lobbyisten. Nimmt man all diese Abänderungen zusammen, wird aus dem europäischen Grundrecht auf Datenschutz ein Schweizer Käse. Die Nutzer werden völlig entrechtet. Viele Daten, wie zum Beispiel pseudonymisierte Daten, sollen gar nicht mehr als Daten gelten und von den Regeln ausgenommen werden, obwohl man diese Daten ganz leicht einer Person zuordnen kann. Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern sollen gänzlich ausgenommen werden. Das sind über 90% aller Unternehmen. Kunden all dieser Unternehmen haben dann plötzlich keine Rechte mehr. Nicht-kommerzielle und private Datenverarbeiter sollen ebenfalls ausgenommen werden und würden auch ohne weiteres deine intimsten Daten online stellen können. Damit die Industrie diese Daten auch weiterverarbeiten kann, werden alle öffentlichen Daten, egal ob diese legal oder illegal ins Netz gelangt sind, für jede Weiterverarbeitung freigegeben. Doch es geht noch weiter. Aus legitimen Interessen soll jedes Unternehmen deine Daten sammeln können, auch wenn du mit dem Unternehmen nie etwas zu tun hattest und auch nie zugestimmt hast. Was genau legitime Interessen sind, weiß keiner. Aber es kommt noch besser. Sogar die legitimen Interessen Dritter sollen ausreichen, damit deine Daten an jeden weitergeleitet werden. Angefangen mit der Content-Mafia kann also jeder ein legitimes Interesse an deinen Internetdaten anmelden. Das erinnert dich an ACTA? Im Vergleich zu ACTA gilt dieses Gesetz aber für alle Industriezweige und greift noch viel tiefer in unser tägliches Leben ein. Auch viele andere Rechte von Nutzern sollen eingeschränkt werden. Du sollst weniger Informationen bekommen und massenhaftes Profiling soll zum Standard werden. Und als Highlight soll es statt Strafen für Unternehmen nur noch Warnungen geben. Wenn die Lobbyisten erstmal mit dem Gesetz fertig sind, steht nur noch Datenschutz drauf. Drinnen ist nichts mehr davon. Aber wie können wir bei so einer Lobbyübermacht unsere Rechte überhaupt schützen? Noch ist Zeit. Noch haben wir eine Chance. Viele Abgeordnete haben noch nicht entschieden, wie sie abstimmen. ACTA hat gezeigt, dass nicht immer alles verloren ist, egal wie übermächtig der Gegner scheint. Es hat uns gezeigt, dass unsere Stimme gehört wird, wenn wir nur laut genug aufschreien und dass wir stärker sein können als die Industrielobby. Denn jeder Abgeordnete muss auch wiedergewählt werden. Sage also deinen Vertretern, was du denkst. Jede E-Mail, jeder Protest bringt etwas. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Werde selbst aktiv. Informiere dich und informiere andere. Gemeinsam treten wir den Lobbyisten in den Hintern. Heute singen die Leute früh rein. Vielen Dank.